Hallo liebe Mutsis, ganz kurze Durchsage bevor die Folge losgeht. Wir haben neue Tourdaten von meinem aktuellen Solo-Programm Zero. Und mit neu meine ich so ziemlich die letzten. Vielleicht kommen noch zwei, drei dazu, aber das, was ihr jetzt hier seht, falls ihr es schaut, und das, was ihr sonst seht, wenn ihr auf einen Link unten drückt, das sind so ziemlich die letzten Tourdaten. Die meisten davon sind schon im Vorverkauf auf www.joelvonmutsenbecher.ch Was ich jetzt nicht will, abtippen kann, wie gesagt, bei den Shownotes, also im Link unten, einfach draufklicken, und dann kommt man auch da hin. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei einem von diesen Terminen noch dabei seid, und wünsche euch jetzt ganz viel Spass mit der aktuellen Folge. Ja, kann auch. Also mit dem Meier zum Beispiel in Arosa kennengelernt, so ein guter Typ. Gerade wollte er sagen, das ist für mich auf das Paradebeispiel von, ich bin noch so froh, dass ich ihn durfte kennenlernen. Er ist immer noch so ein loose Bub, so im Mind, immer noch am Sprechen, also er ist so mega, mega gut, aber andere, wo du denkst, so Bro, du bist ein Held gewesen, Mann, shit. Dann ist es komplett zerbrochen. Ja. Ja, hast du schon gehabt? Schon ein bisschen. Ja. Aber ich bin auch ein prädestinierter Fettnäpfchen-Typ für Leute, die ich bewundere. Aber das ist ja immer so. Und das Lustige ist, das ist, ich behaupte, die guten Leute sind dann die, die das dann trotzdem umschiffen, oder? Und der Mittermeier ist so einer. Weil, ich meine, ich habe mal Essen gehabt, wo ich ihm gegenüber gesessen bin. Und das ist eben, wo man wirklich noch nicht, also gut kennt, was heisst das, aber ich habe dort, glaube ich, das zweite Mal gesehen. Ja. Und erst mit der Zeit habe ich halt öfters gesehen und dann irgendwie baut sich eben wie eine andere Beziehung auf. Und dort ist einfach, ich habe nicht reden können. Ich habe nur, ich habe nur so gesmiled und einfach, wenn er irgendetwas gesagt hat, ich habe nur so Geräusche gemacht, oder? Also ich bin absolut nicht brauchbar gesehen. Und er ist dann trotzdem ein Typ, wo, weisst du, wo einem das, das kann wegnehmen, oder? Und andere sind dann, glaube ich, eher genervt davor, oder finde irgendwie, scheisse, die Person, mit der ich rede jetzt nicht mehr, die schaut auch von mir an, weisst du, so, oder? Und ich glaube, das ist dann auch noch ein bisschen die Kunst. Ja. Ja, kommt ja darauf, wie hart das Fettnäpfle ist, wenn es jetzt nur so ein Ding, also das Rüdiger Hoffmann-Ding, habt ihr ja erzählt, Mann. Ja. Einfach in Köln, an einem Auftritt, Maxi Gstettenbauer, Stand-up 3000, und der Frankenstädt, Frank Richter, sitzt hinten im Saal. Und ich bin wirklich, es ist ein sehr langer Tag gewesen, wir sind alle mega müde, und ich laufe in die Cafeteria, es ist leer, nur ein paar Leute, und hinten, Frank, ich komme zu ihm an, und bin voll kaputt, und sage auch so, Hallo erstmal, und du das Ding heran, drehe mich um, und ruhe heran, und Rüdiger Hoffmann schaut mich so voll stier in die Augen. Und ich schaue ihn an, schaue weg, schaue ihn an, und er schaut einfach immer noch zu mir, und ich so, habe ich jetzt wirklich, weisst du, ein Fata Morgana, oder er sieht ähnlich aus, und er ist schon ein bisschen älterer, weisst du, wie man sich in Gedanken und so hat. Dann kommt einfach der nächste Auftritt, und Rüdiger Hoffmann geht dort an, und ich so, oh mein Gott, nein, ich musste zu ihm, ich habe das müssen sagen, ich bin dann nachher, wenn ich fertig war, bin ich zu ihm, ich so, hey Hoffmann, es tut mir mega leid, und so, ich bin rein gelaufen, oder er hat es einfach gesagt, ich weiss nicht, vielleicht ist es ihre Aura, und bla bla bla, und dann, so wirklich, sieben Minuten, und ich so wirklich vor mir, und ich habe voll gelabert, mit meiner Rechtfertigung, mit meiner Geisteswelt, und er so, hab ich gar nicht gehört, hab ich gar nicht mitbekommen, freut mich sehr, und dann ist er einfach so weiter gelaufen, und ich so, oh mein Gott, du bist der dümmste Mensch, wirklich schlimm. Ja, kürzlich, also kürzlich, halbes Jahr, so habe ich einen Fernsehauftritt gehabt, und er ist gerade vor mir aufgetreten, in der Fernsehsendung, und wir sind vorhin in der Garderobe, und wir haben nicht viel miteinander geschwätzt, fast gar nicht so, oder, aber was dort geil gewesen ist, er hat seinen Auftritt gemacht, und dann kommt er so von der Bühne, und er ist wie dann gerade gegangen, es ist so wie klar gewesen, und er fängt so im Vorbeilaufen, ich halt schon bereitstehen, hinter der Bühne, zum aufgehen, und er kommt raus, und es ist etwas vom Ersten, was er mir überhaupt gesagt hat, so im Vorbeilaufen, gibt er mir so die Fust, und sagt, mach sie fertig, weißt du, mit seiner licht, licht unterspannten Art, mach sie fertig, und er ist einfach weggelaufen, und ich so, okay, das ist jetzt noch ein nice Move gewesen, Das ist also ein kleines Feelgut, einfach so. Geil. Das hat mir der, John Doyle hat mir das mal gesagt, hat gesagt, bei sehr bekannten Leuten, weil er ist ja bei Star Search gewesen, wo Star Search irgendwie 10 Millionen Leute geschaut haben, im Deutschen, und da sind dann halt, weiss ich auch nicht, Shania Twain, und keine Ahnung was, sind auch auftreten, und er ist auf das Comedian, bis ins Finale gekommen, und er hat gesagt, was er gemerkt hat, bei all den Fernsehsendungen und so, ist das einfach, selbst Superstars, wenn du dann eben nicht so, sondern wenn du mit ihnen redest, als wärst du auch einer, ob sie die kennen oder nicht, mit ihnen eh nie eine Ahnung, stell dir vor, bewerten das, die wissen auch nicht, wer bekannt ist, die Schauspielerin von Deutschland, ist, die dann neben ihnen auf dem Sofa hockt, oder? Aber, die verhalten sich ja trotzdem dann wie dir, oder? Hat auch mir gesagt, dass er irgendwie, ich bin der Shania Twain, irgendwie so gesagt, es ist fucking cold hier, right? Es ist fucking cold hier, und sie sagt, yeah, es ist cold, bla bla, und dann hat sie irgendwie auch von Schwatzen, das ist einfach so, mit, dass sie sich, oh, Miss Twain, how are you? Das ist wahrscheinlich genau der Fehler. Er hat gesagt, so sind alle Leute, sind dann einfach, auch normal, das ist einfach quasi, du musst nochmal normaler sein, wie sonst. Das ist super schwierig. Das ist super schwierig, Mann. Das ist wie so, früher hast du so, keine Ahnung, wie eine Frau, alleine ein bisschen ausgegangen, und hast eine angesprochen, wo du denkst, ey, scheissegal, bist du so locker drauf, dann sahst du eine, die dich richtig umhaut, und du bist, das ist genau das. Und ich habe wirklich auch schon Leute, auf die Seite gezogen, ich so, Entschuldigung, sie sind wirklich eine mega große Inspiration, und bla bla bla, und das hat alles gehielt. Das hat alles gehielt, das ist so, also bei dem Serdar, so muss ich das gemacht. Wirklich? Ja, ich bin ein Arosa, Mann, der ist gekommen, und ich so, Bro, ich habe das erste Ding, der Hassprediger, wie das geheissen hat, da hast du so einen Monolog, in der Mitte, wo es darum geht, bevor ich die grosse Revolution in der Welt ausbricht, muss ich zuerst meine eigene Revolution, das hat mich so krass gebracht, aber, aber, ab dann, ist es vorbei, es war wirklich, er hat seinen Auftritt gemacht, weißt du, er hat seinen Arosa auftreten, eine skandalöse, eine berühmte, ja, wo er richtig alles runtergemacht hat, und so, und nach einer Backstage wieder getroffen, und er so, beim Rausenlaufen, nur ich, er, am Rausenlaufen, und dann läuft es so raus, und, wie fandest du es, wie so rausgeglich, so, hey, je mehr Eier du zeigst, desto mehr Eier schrumpfen bei mir, und dort ist er dann mega der Respektstyp, weißt du, dort wo er dann nicht so, Bro, was redest du, wie meine Eier mässig, hat er mich so voll kalt gelassen, und ich nur noch, aber es ist mein Ding, weißt du, ich habe da völlig falsche Dings, und er hat es aber auch nicht so mir wirklich gezeigt, sondern es ist so wie ein bisschen aufgeliefert, und dann habe ich von dem Comedy 3000 Zeug so angefangen, ah, in Köln, ich bin bald in Köln, er sagt, ja, siehst du mich an, und so, und er abgeliebt uns, niemals will er sich das anschauen, es ist, eben, ich schaffe es dann einfach nicht, das nicht zu zeigen, so, ich finde es, das ist, das ist meine Eiererbietung, aber ich habe es Gefühl, dann liegt es ja auch an der andere Person, der irgendwie das ein bisschen zu nehmen, so, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, aber wahrscheinlich, ich verstehe auch, dass man dann, wenn man angekündigt wird, ich kann mir auch mega mir geben, dass ich das bei dir gemacht habe, ja, ja, ich weiss genau, dass ich dich beeindrucke, aber keine Angst, keine Ahnung, wo ich bin, nein, du bist wirklich, nein, 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 das ist ein bisschen noch witzig, wir sind gar nicht davon, wir sind eh schon, wow, wir haben schon eine Viertelstunde drüber, drüber gemacht, weisst du was, das splitten wir, aber wir reden einfach weiter jetzt, das splitten wir dann auf, ah, ok, das ist noch einfacher, weil wir sind so schön im Gespräch, wir haben hier mega viel, ähm, Segment, also, sehr viele Episodes, über kleine Freude, weil, was mir gerade eingefallen ist, wo Charlie und ich in der Lage waren, sind wir im Comedy Store, jetzt reden wir wieder über Comedy, aber es ist einfach, es geht nicht um die Comedy an sich, sondern, der Tom Green, kennst du noch den Tom Green? Ja, sicher, also, der Tom Green, hat dort einen Auftritt gehabt, auch in der Mix, oder? Hat er Stand-Up gemacht? Ja, und dort ist gerade das Ding, wir sind 2017 gesehen, das heisst, der Trump ist frisch gewählt, und der Tom Green hat dort, äh, 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 ein Bit, Geschichte eigentlich erzählt, dass er bei Celebrity Apprentice gesehen ist, was ja die Sendung gesehen ist, von Dr. Trump, ja, die, 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 die alle Leute immer entlassen hat, oder? You're fired! Yeah, you're fired! Genau, genau, genau. Und, wie alles dort schiefläuft, und wie er auch eben von Trump entlassen wird. Er steht da dabei, als Apprentice? Yes. Das weiss ich gar nicht. Weil es hat eben Celebrity Apprentice gegeben, und dann ist irgendwie, ein von der Jokes ist gesehen, dass der Meat Loaf und der Flavor Flav sind weitergekommen, obwohl sie nur das Projekt so scheisse gemacht haben, aber wir haben ihn entlassen, wegen dem, bla bla bla, oder? Und dann, überhaupt nicht damit gerechnet, sind nachher irgendwann, äh, gut, beide noch geraucht, ich glaube, wir sind auf die Auseinigung rauchen. Und während wir draussen am Rauchen sind, wir sind allein, nur der Charlie und ich, kommt auf einmal mit dem Tom Green, und dann so, hey, er fährt uns an angequatschen, hey, did you, did you, did you see the show? Und wir so, oh yeah, und er so, did you see my set? Was that, was that okay? Was that too much? Er hat uns wirklich so nach unserer Meinung gefragt. Krass. Und er hat wahrscheinlich nicht gewusst, dass wir auch, auch, tun sie so blöd, aber dass wir Comedians sind. Ja, ja, ja. So, und er glaub wirklich, einfach, das sind jetzt zwei Dudes, haben sie das gesehen, ich muss einfach schnell fragen. So, einfach, er hat so, wie so eine Taxifahrer-Meinig, so schnell wiederholen. Und wir so, nein, das ist mega lustig, und er hat gesagt, it's not too much, it's not too much of Trump, und bla, und wir so, nein, nein, voll geile Geschichte, weißt du so. Aber es ist so weird gewesen, weil er ist einfach so, er ist zu uns gekommen. Das ist schon krass, ja. Und du bist einfach so, ah, okay. Drum, ist mir das schnell eingefallen. Jetzt ist die Folge, jetzt sind wir ja schon, wir sind jetzt schon zschmitzt in der nächsten Folge. Wir haben ja jetzt eigentlich eine Woche. Jetzt haben wir gar kein Intro für die Folge. Nein, das ist ja egal. Okay. Weil sonst würde ich das abziehen und noch die Weh holen. Nein, die teilen wir jetzt in zwei. Die teilen wir jetzt in zwei, wenn wir so im, im Redeflow sind. Darum sind wir jetzt schon zschmitzt in der nächsten Folge. Ja. Wir sind jetzt schon zschmitzt in Folge vier. Ja. Bleiben wir bei den kleinen Feel Goods. Mhm. Ach so. Du hast dir nämlich noch... Ach stimmt, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe sicher auch noch eine Notiz von so kleinen Sachen. Müsste ich auch noch suchen. Kommst du überhaupt noch draus? Es ist schon ein bisschen fragmentiert, so vom Ding. Aber zum Beispiel ein Knirschen im Schnee. Ja. Wenn du durch den Schnee läufst. Oh, Geräusche. Also nicht so ASMR-mäßig. Nein, nein, nein. So, nicht so süß. Ich habe das nicht, ich habe nicht ASMR, ich habe nicht die Response drauf. Ja, ich gar nicht. Aber es gibt Geräusche, die ich einfach mega gerne habe. So. Mhm. Zum Beispiel bei meinem Stenis-Blade und bei meinem Auto den Kofferraum zu machen. Okay. Wenn ich den Kofferraum runterlasse und der hat dann noch mal wie so eine Fahrtrick, dass er nicht auf so zu knallt. Ah. Und das ist so, es klingt so sanft. Du weißt, es geht nicht so. Nein, es macht wirklich so. Ah, okay. Du merkst, es geht etwas fest zu, aber es ist trotzdem soft. Aha. Finde ich mega befriedigend. Geil. Also nicht sexuell, aber. Ja. Sehen Sie mal. Aha. Das wäre ein geiles Sound. Es gibt ja so ganze Sounddesigner, wo so, okay, wie fest so die Türen zu kähen. Voll. Das ist ja nicht einfach random. Genau. Sie überlegen sich, wie dämpft oder nicht dämpft so die Zeit. Ja, es gibt zum Beispiel die Urban Legend bei Autos, das zum Beispiel Mercedes hat mega lange getüftelt, dass ihre Türen, dass die eben gut tönt, wenn sie zugeht. Mhm. Ich glaube, das ist so. Die haben wirklich ein Sounddesigner rundherum. Weil Türen zu ist Türen zu, Türen versiegelt ist Türen, also dicht ist dicht. Aber wie sie soll zutönen, weil wie sie soll, ja. Voll. Nein, Autos ist ein bisschen, ist mir ein bisschen egal. Autos ist sehr etwas Funktionales für mich, sehr praktisch, sehr pragmatisch. ist die auch. Aber das Geile ist dann eben, wenn der, ich zeige das nachher. Ich mache mir auch mal den Koffer um zu. Das können wir nächste Woche drüber reden. Auch so. Ja, stimmt. Machen wir. Weisst du, wenn wir es von Geräuschen haben, weisst du, das Geräusch ich absolut liebe? Wenn du grosse Bäume hast und es windet ein bisschen. Es windet nur ein bisschen. Du hörst einfach so ein bisschen rascheln von der Mutter. Finde ich super geil. Ja. Das finde ich auch mega angenehm. Es dürfen mehr rascheln. Ich finde es... Ja, es darf aber nicht, es darf nicht vergehen. Nein, nein, nicht stürmisch. Mit 30 K im Hasen. Nein, nein, aber so ein... Dass einfach die Natur miteinander spielt. Das klingt jetzt so blöd an. Ich meine es wirklich so. I have a dream. White trees and black trees. Ja, aber das ist wirklich so ein kleines Zusammenspiel vom Wind und... Ich meine, schau mal da. Also Wasser ist natürlich, was dir so geht, also alles was plätschert, so ein Bach, ein Fluss. Ich hatte ja in irgendeiner von diesen Folgen habe ich dir ja erzählt, wie ich mit dem Fenster zuschlafe. Ja. Ich habe aber früher vor 6 bis 18 haben wir in St. Johann gewohnt und die Wohnung ist genau vor einem Brunnen gesehen. Und dort, wo ich dann mein Zimmer gehabt habe, ist wirklich vor dem Brunnen gesehen. Und dort habe ich in der Nacht nichts geiler gefunden, als einfach den Brunnen zu hören. Ja. Mega geil. Ja, das ist wirklich etwas Schönes. Also Wasser ist... Ich glaube, allgemein als Element, ich finde, Wasser hat es wirklich etwas... Oh, das habe ich dir Arnet Gorti schon erzählt. Weisst du, was ich herausgefunden habe? Der Mensch hat keinen Sensor für Nessi. Tier, es gibt gewisse Tiere, die haben das, die haben effektiv ein Gespür für Nass. Wir haben es nicht effektiv. Wir haben einfach so ein ausgebildetes Hirn das wir uns können zusammen formulieren, dass es nass ist. Aber wir haben keinen effektiven Sensor für Nessi, sondern dadurch, dass es dann eben einen Temperaturunterschied gibt. Ah, das Hirn kombiniert einfach die Sache und sagt, es muss Wasser sein. Und ein Beispiel, wo dafür genannt wird, ist, wenn du Wäsche rausnimmst, vor allem aus dem Trockner, ist zum Beispiel, wenn sie noch zu warm ist, hast du das Gefühl, sie ist immer noch nass, aber sie ist es gar nicht. Aber die Hirne trickt, die dann rein zu sagen, aber es ist doch noch nass. Aber wir haben keinen effektiven Sensor für Nessi. Okay. Was ist denn, wie sieht denn so ein Sensor aus? Also was genau? Also wie bei dir gibt es das? Ja. Ja. Okay. Mal schauen, mal schauen, was der Solti findet. Wie muss das Gefühl sich anfühlen, wo, wo seit nass? Ness empfinden, okay, das ist jetzt auch bei Männer. Aber es gibt es eben bei gewissen Tieren, es ist für die auch zum Teil halt überlebenswichtig, dass sie Nessi spüren. Siehst du? Druck, Schmerz und Temperatur nicht aber für Feuchtigkeit. Das heisst eben alle anderen Wahrnehmungen, nämlich Druck, Schmerz, Temperatur etc., dort dann zusammenrechnen, ah, das ist jetzt nass. Hm. Oder da auch nassen Wäsche fühlt sich auch kalt an, schreiben sie. Jetzt müssen wir rausfinden, bei welchem Tier das ist. Mach mal Tier, Sensor für Nesse. Ich habe gemeint, so Echse oder irgend sowas. Oh. Uiuiui. Einige Bilder werden wir nicht finden. So. Okay, das ist gegen Tier irgendwie, aber das werden wir nicht. Ja, ich muss das mal rausfinden und entschickt das. Und wir können dir. Okay, aber das ist schon mal spannend. Lüge mal, Elefante können Infraschall spüren, Meeresschildkröten, das Magnetfeld der Erde messen, die Grubenotter und der Fangschreckenkrebs können Infrarotstrahlen oder ultraviolettes Licht sehen. Okay. Okay, da haben wir jetzt noch nichts mit Nessi, aber finde ich auch spannend. Aber interessant, ich meine, wenn das mit dieser Kombination zwischen Drucktemperatur und was ist noch gewesen? Schmerz. Temperatur und Schmerz, ja, dass es irgendwie zusammen kombiniert, es reicht ja, also, es reicht, aber es ist spannend, ich glaube, darum kannst du auch Leute irgendwie ein bisschen lassen, weil sie nicht merken, dass sie den Finger effektiv im Wasser haben. Weisst du, wenn sie pennen? Weil sie einfach, okay, krass. Ja, so, kleiner Funfact. Guter Funfact. Geil? Ich finde da eben auch spannend. Das ist ja so das Comedian-Ding, sobald du etwas nicht weißt, du gehst sofort recherchieren und findest gerade neue Sachen. Das bewundere ich wirklich, das ist eigentlich noch sehr unterschätzt, dass Comedians eigentlich ein sehr tiefes Wissen haben bei vielen Sachen, weil sie sich sehr stark damit auseinandersetzen, wenn sie über etwas reden wollen. Genau, aber es ist auch sehr selektiv. Ja, klar. Comedians sind ja wahrscheinlich in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen und dort nur sehr spezifisch, wissen sie dann wahnsinnig viel. Aber nicht so breit. Okay, ja, ja, ja. Also, ich denke immer so, weißt du, bewerb wird Millionär. Wenn du jetzt dort würdest als Kandidat gehen, müsstest du drei Menschen angeben, die du als Telefonjoker kannst haben, oder? Und dann musst du strategisch auswählen, oder? Wer nimmst? Und dann hast du vielleicht jemanden, der sagt, äh, ja, so Wissenschaft, Sprache, Geografie, Geschichte, jemand ist mathematisch mega gut, oder? probierst sie ein bisschen zusammensetzen, oder? Ich denke dann so, Comedians sind dann einfach zu fest Wundertüten. Das ist wirklich einfach so absolut letzter Hilfeschrei. Du kennst mich persönlich und weißt, was sie schöne Dinge sind, aber sonst allgemein sind es einfach wirklich sehr, ja, das ist schon so. Ich wüsste jetzt nicht, ich wüsste jetzt nicht, wer man fragt für etwas spezifisch, sondern mehr so. Das stimmt, aber dann kennt er eine Flusskrebsart so gut, dass er darüber erzählen kann. Das ist zum Beispiel, hast du gewusst, dass Sven jede Landesflagge von der Welt kennt? Wie jede? Jede. Du kannst ihm sagen, Trinidad und Tobago und er sagt ihr, wie sie sind. Wirklich? Das ist so etwas. Es gibt ja, was gibt es, verschiedene Länder, 200. Ja. Und wir haben es getestet, wir haben oft so gefragt. Und das ist ja so etwas, ich meine, so krass. Wer wüsst das sonst? So etwas habe ich gar nicht. So etwas, was ich sagen kann, da kannst du mich alles fragen. 195? 195 Länder. Und das ist so etwas, das ist ja wahrscheinlich irgendwann mal down the rabbit hole und dann fand ich lehre jetzt alle Flaggen. aber nicht so umfassend. Also überall ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber nicht, Also wenn mich als Telefonjog, ich wüsste nicht, in welchem Bereich ich dir könnte. Wirklich keine Ahnung. Okay. Ich bin wirklich so ein Allgemeintyp. Aber das kann ja auch schon helfen. Aber wir müssen noch spezifischer wissen für das Thema. Da ist sie wieder mal. Die überraschende Unterbrechung in der Folge. Ganz kurze Info für die, die es noch nicht gehört haben oder nicht wollen wollen. Mein aktueller Programm Zero hat nochmal ein paar Tourtermine. Die meisten sind auch schon im Vorverkauf. Jetzt auf www.joelvonmutzendbecher.ch Ganz tolle Support-Acts dabei. Leila Ladari, Benjamin Delay, Matteo Gutenrath, Josep Brizza und Teddy Hall. Also geht schnell jetzt Tickets kaufen und dann könnt ihr die Folge weiterhören. Bis dann! Darum. Ich glaube, Comedians sind je nach Bereich. Ich habe mich mal mega mit Materialismus auseinandergesetzt und danach bin ich dort down the rabbit hole und habe herausgefunden, dass ein Typ namens Edward Bernays eigentlich der Erfinder ist von PR. Okay. Und zwar ist er irgendwie ganz entfernt, ist er irgendwie Neffe, siebten Grad oder keine Ahnung was, von Sigmund Freud und hat Sigmund Freud seine Lehre hat er angewendet für Werbung. Also für Aufmerksamkeit. Ja, massenbeinflussig über in irgendeiner Art und Weise nicht direkt Werbung, sondern eben PR. Dann hast du auch Sex Cells dabei rausgekommen. Nein, nicht einmal, sondern mehr so. Wenn du Freud Theorie nimmst und mit dem Verbrauchten müssen die Leute zuerst Bücher haben, oder? Und das Problem ist gesehen, dass nach dem zweiten Weltkrieg die Menschen sich nur noch Sachen besorgt haben, die sie effektiv gebraucht haben, oder? Und er hat dann halt probiert, wieder ein Verlangen zu kreieren. So wie ich dir erzählt habe, ich gehe in die Kansa und kaufe Sachen, die ich nie im Leben brauche, aber in dem Moment habe ich das Gefühl, ich brauche sie. Weil du wirst halt, das ist ein perfektes Beispiel, ich gehe reisen. Eben alles, was ich brauche, kann ich mir eigentlich überall immer besorgen. Ich werde nie drei Wochen abgeschottet in der Wüste sein. Sondern wenn ich dann merke, oh, da ist ein klares Bedürfnis da, das brauche ich jetzt, zum Beispiel Zahnpasta, dann kaufe ich die, oder? Aber eine Kansa ist natürlich aufgebaut auf wir sagen dir, was du brauchst. Ja, das ist moderne Werbung, ist ja so. Es ist nie ein Bedürfnis, das wir schon gehabt haben, wir brauchen Smartphones, sondern man hat das erzeugt, man hat etwas gehabt. Und er hat natürlich also er ist, ich glaube, er hat überhaupt keine Moral oder irgendetwas gehabt, weil er hat zuerst die Zigaretten gepusht bis zum Gehtnachmehr, und zwar ist da das Problem gewesen, dass nur Männer geraucht haben. Und dann hat er so eine Freedom March von Frauen organisiert, irgendwie durch New York und ihr ihr Zeichen von Freiheit ist gesehen, die Torch of Freedom ist gesehen, eine Zigarette. So schlau. Und dann sind überall halt Bilder aufgetaucht von Frauen, die protestieren, mit Zigaretten in der Hand und so ist dann Rauchen auch für Frauen so noch falsch geworden. So, und irgendwie 30 Jahre später hat er dann irgendwie für die Lungenkrebs Lungenkrebsforschung hat er dort einen PR gemacht. Er ist auch der Erfinder, Achtung, auch Fun Fact, er ist der Erfinder von der Abkürzung von Multiple Sklerose. Und MS. Er ist beauftragt worden. Okay. Nach langem Überlegen. Two words. So, und warum? Weil ich mal eine Bitte über das machen wollte. Ich habe mal eine Bitte über Materialismus gemacht. Also, gosh, war gegen balls deep in das Zeug sehen. Er hat auch, Achtung, auch geil, Fanta. Ist auch, ich weiss nicht, ob es von ihm selber gesehen ist, aber Fanta ist nur entstanden wegen dem Zweiten Weltkrieg, weil die Deutschen natürlich nicht mehr amerikanische Produkte haben wollen konsumieren. Und Coca-Cola ist ein amerikanisches Produkt gewesen. Haben sie dann irgendeinen deutschen Professor erfunden, der die deutsche Limonade kreiert? Und das war Fanta. Es war aber immer noch Coca-Cola Company. Also, wer hat das kreiert? Die Amis. Die Amis haben das kreiert mit einem deutschen Professor. Ja, damit es in Deutschland weiterhin Coca-Cola Produkt getrunken werden. Aber kein deutscher Mensch wollte noch Coca-Cola trinken. Mit Ford hat es auch irgendeine Geschichte gegeben. So, also, das ist eben genau so, spezifisches Wissen in einem Bereich bringt dir nichts wahrscheinlich. Aber bei jeder Info denkst du, vielleicht kann ich etwas aus dem machen. Vielleicht kann ich etwas aus dem machen. So, was weisst du also über Birchermüsli? Ich weiss den Herr Bircher. Das war sogar Franzose, oder? Ah, ist das nicht ein deutscher Name? Bircher. Das war ein Zürcher sogar. Ich habe ihn nicht mehr als Bircher in Erinnerung. Und er hat dann seine Frau geraten und hat dann irgendwie ihren Namen angenommen. Hat einen Doppelnamen gehabt. Bircher irgendetwas. Aber nicht Müsli. Eben leider nicht Müsli und das ist der Joke dann auch irgendwie Bircher Benner. Hey, wieder etwas gelernt. Genau, wo ich dachte, man hätte doch jemand einen Heiraten mit Müsli annehmen und dann Bircher Müsli geiss. Oh Gott, Achtung, der erste Satz, den Charlie jemals von mir gehört hat. Weil ein Dude mir den Witz erzählt hat und dann musste ich nach erzählen. Es hat mal ein Bayerisch gesehen, Bayerische Kabarettist und Karl Valentin heissen. Er hat einen Joke gehabt, er hat gesagt, zum Glück hat Adolf Hitler Adolf Hitler geheissen und nicht Adolf Kräuter, sonst hatten alle immer Heil Kräuter geschrauben. Das ist soo aber ich meine es ist eine andere Zeit, es ist 70 Jahre hart, 80 Jahre, gell? Aber das war ein Joke von ihm. Ja, aber es ist versaut, man konnte nie mehr Heilkräuter brauchen und das ist absurd wichtig und so. Aber es ist oft so, dass irgendetwas mal negativ konnotiert ist und dann das Hackerkreuz ist jetzt weg, kannst du nie mehr brauchen, obwohl es eigentlich ein anderes Zeichen ist. Der Schnauze ist auch nie mehr. Schnauze ist schwierig, gell? Das ist glaube, ja. Schnauze ist auch schwierig, definitiv. Und ganz, ganz viel, ja. Okay, was weisst dann du über Bircher, Miesli? Nein, das eben mit dem Namen und dass er das erfunden hat und dass es lustig ist, er einen Doppelnamen angenommen hat und dass es ein lustiger er Name wäre, wenn er eine Frau gesucht hat, die Miesli heisst. Aber sonst habe ich schon viele Themen, zum Beispiel Gottesanbetterinnen. Oh. Ja, also, was die so können und wie die drauf sind und sie Männer für Sex alles machen. Also, sie opfern ihr Leben. Die wissen ja, was passiert. Und die werden aufgefressen und Gottesanbetterin braucht Protein direkt nach dem Kot, damit sie kann alte Energie aufbringen. Und dann ich so, warum bringen die Männchen nicht zuerst ein bisschen Futter, damit sie nicht selber aufgefressen werden. Und dann ist rausgekommen, Männchen könnt ihr ihr das Spermium komplett sterben, dann ist Befruchtung noch mehr möglich, als wenn sie überleben würden. Und dass die Männchen das wissen und trotzdem sich in den Tod begeben nur zum Sex haben, zwei Chancen. Ist bei Menschen nicht was anders? Nein, Menschen machen auch ganz dumme Sachen, nur zum so wieder und es gibt viele Weibli, die die Männchen auffressen oder Männchen die allgemein sterben nach dem Sex und das ist so das ist das Opfer was wir bringen ist so irrational und dumm und auch dass die Männchen gegeneinander fighten für das Weibli es ist nicht so dass es nur vier Weibli hat und hunderttausend Männchen es ist meistens ausgelichen und wenn Männchen gescheid wären und nicht so das Ego hätten könnten sie sich gegenseitig fighten und Weibli nutzt das Ego aus und tanze für mich zuerst mal wissen wie dein Fächer aussehen und das ist auch nicht gut bei einem Pfau zum Beispiel die leben im Dschungel und so in Indien und ihre Fressfeinde sind nicht sehr schlau wenn du so rum läufst im Dschungel und dich so voll sichtbar machst er macht es trotzdem nur zum Weibli gefallen das ist krass dass Männer so viel Risiko auf sich nehmen nur zum für Paarung und das ist Dummheit vom Männchen und Gescheidheit vom Weibli und Weibli nutzt das aus obwohl sie meistens in Unterzahl oder meistens in also in einer schwächeren Position ist körperlich vor allem gegen mehrere Männchen und sie schafft es ihre Reize so auszuspielen dass die Männchen gegenseitig fighten voll und dann um ihre Gunst kämpfen und das zeigt dass sie intellektuell uns überlegen sind die Weibli das ist so ein bisschen Theorie zum 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 jetzt fahre ich ja irgendetwas ist schon also die Gottesanbäter Dudes sind schon recht ich meine sorry ich finde sie vor allem super eklig ja das ist okay richtig grusige Viecher meine Theorie ist dass sie eigentlich gar nicht ihre Männchen umbringen ursprünglich wollten sie nur kuscheln und die Ellenbäger sind perfekt zum kuscheln und dann sie kuscheln und die Männchen haben immer raus reden gefunden und sagten ich muss noch etwas zu tun und haben sich nie kümmern genau ich muss noch Lotto spielen und irgendwann haben die Gottes Arbeiterinnen gefunden du gehst nie hin zusammen und dann plupp und wenn er schon tot ist fritzen kann oh das bringt mir noch etwas und so ist das irgendwie so entstanden aber man setzt sich ernsthaft vor lange damit auseinander mit dem Thema voll darum schaue ich auch ich habe gerne Dokus über irgendetwas weißt du hast keine Ahnung um was es geht und dann schaust auf die Doku oder und du merkst es hat mir jetzt wahrscheinlich nichts gebracht aber irgendeine mega wichtige Info habe ich aus meinem Hirn weggeschoben zum wissen dass es ein Discount König in Deutschland gibt Discount der typisch Insane Deutsche so nur der Deal weißt so einfach so Restposten weißt wo einfach irgendwie am Zoll in irgendein Hafen bleiben irgendwie fünf Container liegen weil irgendwie Käufer an nimmt es jetzt doch nicht und die andere Person muss dann möglichst schnell los werden und dann wird irgendein Dumping Preis abgemacht damit das Zeug saft weg ist und dann bringt er seine Discount Läden und in seinem Heimatort in seinem Heimatort tut er jetzt schon alles um bauen mit so da braucht es mehr Parkplätze die schönen alten Häuser schieben wir hinter damit wir mehr Fahr Spur haben und er ist natürlich Best Buddies mit dem Bürgermeister mit ihm das dann auch alles macht so und dann macht er ein Restaurant auf und dort auch Discount preisen und der Koch findet das geht nie im Leben also doch das machen wir jetzt dann gibt es irgendwie schönes Stück Fleisch mit Spätzle und was weiss ich für 3 Euro 50 damit alle kommen und ihm geht es wirklich nur darum einfach die Masse 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 und ja dann schaust du eine Doku und denkst ich es glaube nichts gelehrt aber irgendwie wir müssen mal abmachen dass wir so vielleicht zum zweiten Schritt oder wir unsere Notiz App mal durch gehen alle die dummen Ideen die du mal aufgeschrieben hast etwas gesehen hast jetzt könnt ihr für die letzte Folge machen können wir machen ja können wir vorbereiten haben wir eine Woche Zeit ja voll mal schauen wie das Wetter nächste Woche ist vielleicht dann ein anderes Caprio anziehen ich weiss noch nicht wahrscheinlich ist warm ich glaube ich glaube dann kann ich das wieder abziehen voll voll ist doch gut weil jetzt sind wir schon ja wenn wir das schlau splitten dann haben wir zwei Folgen hinter uns ja ich glaube nach fünf Minuten ja ja aber weisst das kann ja mal zwei vierziger halb sein ja ja kein Problem ja ja mache ich längeres Intro längeres Outro ja so fünf Minuten alle Termine durch gehen 13. 5. 19. immer noch mit einer Zusatzinfo ja genau ja jetzt klicken wir schon aber das hat sehr Spass gemacht danke du bist auch diese Woche gekommen hey danke vielmal das ist wirklich zu meinem zweiten Zuhause geworden jede Woche da geil aber ist irgendwie noch schön so ein bisschen Routine absolut ich öfter als meine Eltern ja gleichfalls super schaltet auch nächstes Mal wieder ein bis nächste Woche bis nächste Woche ich glaube wir müssen noch eine neue Flasche Wein kaufen ja ja machen wir noch auch Christoph bis nächste Woche er kommt extra von Thailand zurück er wird eingeflogen ja top für einen Abend schnell Rega Zack Feel Good Podcast